Leo, wir sollen jetzt einen Bauernhof bauen. Weißt du so? Ja, aber wo denn? Und dann hab ich hier noch ein bisschen verziert, aber das weiß ich auch nicht mehr so genau. Das müssen wir mal gucken, aber weißt du, so in etwa. Dann los. Man könnte da, theoretisch, häng mal hier in die Mitte einen Zaun. Ich muss dafür erstmal wieder einen Zaun machen. Achso. Warte. Das ist jetzt zwar so die einfachste Lösung, aber man könnte so eine Art Fackelhalterung machen, ne? Ähm, Lizzie? Ja. Wie? Wie willst du den eigentlich bauen? Ja, hier in die Mitte an den, an den Dingen. Weil wir haben da unten in der Farm Tiere, wir haben da hinten haben wir Tiere, da ist ein Feld, da hinten ist ein Feld. Äh. Dann haben wir noch mehr Tiere, wir sollten einen Bauernhof bauen. Hä, warum kann ich das nicht da draus setzen? Gib mir mal die Fackel. Gib mir mal die Fackel. Gib mir mal die Fackel. Warte, wo bist du überhaupt schon wieder? Ich bin hier hinten. Achso, ja, ich hab das in der zweiten Hand. Alter, lauf doch jetzt nicht weg von mir. Hä, wie, du bist... Hä, bist du... Sieht zwar ein bisschen klumpig aus, aber... Ja, aber halt vom Grundgerüst her, weißt du? Es wird eh verändert, aber... Von der Größe her würde das auch gut passen. Natürlich auch ein anderes Dach und so, aber... Nur du musst bedenken, da muss die Windmühle hin. Ja, dann... Aber dann könnte man hier locker zwei, hier noch drei locker hin machen... Es wird Nacht, Leo. Ich wette nach. Egal. Na und? Nein, jetzt warte. Lass uns erstmal schlafen gehen. Ach, Mutter. Was? Führst du mich wieder zurück? Juju, guck mal, da ist das Haus. Achso. Wow. 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 Einfach nur schlau. Ich hab Hunger. Ich. Wer ist das, Alter? Wo ist Karma denn jetzt raus? Bin zu weit weg zum Schlafen. Achso. 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 Also gehen wir schlafen, oder was? Ja. Ich liege schon... Ein belegtes Brot mit Schinken! 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 Ein belegtes Brot mit Ei! Ei! Das sind zwei belegte Brote! Eins mit Schinken! Eins mit Schinken! Eins mit Ei! 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 Ganz groß! Ja, nur das Ding ist, wir haben da hinten Kühe, wir haben unter der Farm Kühe, äh, Tiere. Ja, da müssen wir die Tiere halt auslagern von unter dem, unterirdisch, weil unterirdisch ist so unrealistisch, dass irgendjemand hingeht und in den Bunker unterirdisch irgendwelche Tiere hält. Ich finde das toll! Ich finde das toll! Da tummelt ihr unter einer Hand Hand vier Skelette! Ja, also das heißt, wir sollen alle Tierarten da nochmal hinbatschen. Ja, man kann ja... Ja! Wow! Leo, wir batschen da jetzt Tiere hin mit den Stellen. Aber richtig große Stelle, richtig geil aussehende! Das muss richtig pompös sein! Pompös! 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 Das muss dann umhauen! Wo ist denn eigentlich hier Juju schon wieder? Richtig so schakalake Pumumum! Ich bin neben meinem Bett! Wir waren das mit Fichtenholz! Dann komm her! Warum kommst du nicht hier hoch? Ich muss sogar überlegen, wie der Weg war! Komm her! Hier, Juju! Da! Ja, ich komme! Da oben! Hast du schon... hast du noch... ach nee, war das ist Eiche, ne? Ja! Aber irgendwie gefällt mir das noch nicht! Bist du beim Feld? Ich muss noch mal bisschen rumrätten! Ich komme! Nein, ich! Wir können da so ein Dach dran machen! Ich fände das voll geil, wenn das Dach wie so eine Parabelkurve aussieht, weißt du? Von unten eher flach und dann in der Mitte so... Leo, komm mal hierher! Ich muss das Loch aber schnell stopfen! Willi, lass mich doch noch mal sagen, wie du es gemacht hast, so! So, von der Mitte eher flach und dann von oben so... Listen, das hat keiner geschehen, okay? Das bleibt unter uns! Okay, okay, ich habe genug Holz hier! Das wird niemand erfahren! It's your turn! Niemand erfahren! Hey! Hey! Psst! Ja! Komm her! Leo, wir bauen das hierher! Boah! Was denn? Da kommt Jenny da raus! Was ist das denn? Du siehst? Bauen das da! Ne, das sieht kacke aus! Ah ne! Mach mal bitte! Wenn wir das in Blumen fahren! Das passt sogar zu so einem Häuschen! Natürlich dann! Man müsste das dann vielleicht auch noch anders bauen! Ich habe keine Treppen mehr! Aber so in... Warte! Komm ich da dran? Ja, ich komme da dran! Mach dir welche! Ist ok! Ne, ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Ich bin schon dabei! Ich bin schnell ich! Geh hoch und bringen sie dir! Aber Willi! Da ist es wieder! Wie sieht das jetzt aus? Wie kacke das aussieht! Ja, man muss das aus einem Holz machen! Aber im allgemeinen! Vor allem, das geht gar nicht! Ne, du Schlumpf! Schlumpf! Wir müssen... Ich habe keine Schafe mehr! Weil das nicht... Ja, einer! Klar! Nein! Wie denn? Soll ich jetzt zeigen, wie das geht? Ja! Okay! Pass auf! Was war das? Diese Kuh hat sich einfach so geredet! Was machst du jetzt da? Oh, ich habe keine... Komm ich da dran? Ne! Was brauchst du denn? Ich brauch Stufen! Bekommst du aber nicht! Ich bin die Stufenpolizei! Was? Oh, lol! Ich bin die Stufenpolizei! Ich bin die Stufenpolizei! Tag! 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 Das ist gut! Das gefällt mir! Wer auch immer das gerade gesagt hat! Ey, das war Lissi! Wer auch immer das gerade gesagt hat! Nein, ich war das nicht! Nein, gar nicht! So, jetzt mal unfertig! Aber so würde das dann aussehen, Juju! Guck dir das mal an! Das ist voll symmetrisch! Finde ich sogar voll cool eigentlich! Und dann hier vorne noch so Banner ranhängen! Äh, ranhängen! 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 Klingt wie so, wie so ein Chineser! Ranhängen! Ich hab keine Schafe mehr! Sie ist kaputt gegangen! Wie ist dein Name? Dann macht ihr einen! Ejo, komm mal hier! Ejo, komm mal hier! Ejo, komm mal hier! Ejo! Was hört sich jetzt hier eher Arabisch an? Weißt du, was man damit machen kann? Ja! Arabisch! Das ist jetzt ne Tür! Schau mal ab! Man muss das natürlich aus verschiedenen Holzarten dann auch machen, aber so allgemein passt doch, oder? Das ist jetzt mein Haus! Oder dann noch so Banner, damit das ein bisschen mehr nach dem Markt auszieht! Hey, du musst zur Tür rein! Oh, das ist jetzt einfach einziehen! Leooo! Warte! Warte! Elias, bauen wir zu! Warte mal! Das war ne gute Idee bei dem Dach! Gib mir mal die Tür! Geh mal! Geh mal! Geh mal weg! Geil oder geh? Geh mal weg! Geh mal weg! Jetzt müssen wir das Dach noch mal abreißen. Willi, ich muss dir mal das Haus anschauen, was wir hier produziert haben. Wo denn? Außerhalb oder was? Ja. Okay, warte. Bevor wir anfangen, richtig coole Häuser zu bauen, haben wir erst so einen kleinen Unterschlupf gebaut für die Nacht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich komme. Wir müssen das Dach noch verenden. Nein, lass doch so. Nein, das bleibt jetzt so. Ich bin sehr gespannt. Komm rein. Ja, komm rein. Du hast die Tür kaputt gemacht. Setz sie wieder hin, aber so weit. Ich bin nicht mal da und die Tür ist schon kaputt. Ich habe den größeren Bereich. Nein, nicht dein Ernst. Ich mache einfach so. Oh mein Gott. Hey, du musst zur Tür rein. Ach nee, warte mal. Ach da. Ich will auch nicht. Ich habe eine Blume. Guten Tag. Da ist eine Blume. Hallo. Ui, toll. Das habt ihr ja schön gemacht. Und so selbst bei allen Tieren. Nein. Bitte tut das nicht. Das ist so wunderschön. Mit hinein. Nein, das ist geheime Mission. Geh da weg. Hä, ich bin doch schon weg. Ja, dann ist gut. Leo, wir bauen jetzt auf Teamwurst. Genau. Okay, wie fangen wir an? Mit Stämmen. Und? Ich habe Stämme. Ich habe welche. Hier. Ich habe den Grundstein gesetzt. Aber ist der nicht immer im Boden? Dann mache ich das aber jetzt so. Oh, verdammt. So, Juni, ich komme wieder. Hast du schon ein anderes Holz besorgt? Jetzt habe ich den Grundstein gesetzt. Ach so. Ja, ich gehe heute zu. What are you doing? Hast du jetzt die ganze Zeit hier? Ja, ich habe auch nicht gewartet, bis du zurückkommst. Was machst du denn? Erstmal so ein Punkt. Aber schau mal, ich würde das. Ich würde das. Ich würde das so. 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 Was brauchst du denn? Nein, warte mal. Warte mal. Schau dir das nur mal an. Weiß nicht. Ich nehme schwarzes. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal. Aber unsere Liebe nicht. 1, 2, 3. Und Jenny den. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komplett ein anderes Lied. Ich ziele durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das wird unser neuer Hex. Wir können das auch noch bloß, wenn man schlag nicht hießen. Oh. Ich werde es nicht mehr. Ich habe schwarzes Holz, bist du stolz auf mich? Nein. Unglaublich. Ja. So, und jetzt brauchen wir davon Stufen und Slaps. Ja, mach. Wow. Ich hab kein Bauabreiter hin. Nee, du musst mal das Zeug hier nehmen. Oh, Kugelfisch. Kann ich essen. Wo ist denn Warte? Das war jetzt so ein Schnau. Das übertrifft niemand. Jojo, hast du ein Schild? Nein. Doch. Willis und meiner Kiste ist ein Schild. Und Caros Kiste. Oh, das übertrifft niemand. Ich nehme das. Ich hab... nee, doch nicht. Ja, weil du das da auch noch dunkel... Lissi, das übertrifft niemand, was wir hier gerade produziert haben. Ich musste mich gerade kurz tuten. Ich möchte auch. Es scheint ja extrem lustig zu sein, was die beiden da draußen machen. Ich geh mal kuchen. Kuchen. Ich geh mal kuchen. Oh mein Gott. Da, 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 da. Da, 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 da. Was ist das? Baza Das ist nicht Wo, wo haben die denn gebaut? Boah, bei dem Feld Du musst Richtung Das ist nur Das ist nur ein Grundriss, du Nudel Hallo, schlag mich nicht schon wieder Das geht nicht an Du musst an der Straße vom Kistenhaus loslaufen Jujo, bei unserer Blumenfarbe Also da, da, ich hab dich glaub gesehen Ich glaub, du wirst ein Loch gefallen Jana Ja Guck dir mal das da an Wie würdest du das noch dargestalten, was da jetzt noch drin ist? Hä, das sind doch einfach nur ein paar Ja, das ist ja nur der Grundriss Jujo, das ist unser Haus Vielleicht machst du da Woll rein und dann zwei Banner oder so Das ist unser Übergangshaus, das hier Wolle reinballern Ich will weiße Wolle jetzt, weil das da unten auch ist Lissi, ich mach dann da Ein Banner oder sowas runter hin Das ist ja Das ist traurig Das ist wunderschön Ich mach wieder Und jetzt brauchen wir Banner Genau, da brauchst du jetzt Wolle und dann machst du die wie so ein Schild Wie sieht denn so ein Schild aus? Die sind nicht immer nur viereckig Die sind auch mal anders Ich glaub um 6 und unten Mit Stahlkissen und einen Stock Ich hab hier Achso, du meinst nur so Boxen Weißt du gar nicht Wenn du Banner willst, musst du wie so viel machen Nicht erst so ein Haus Sechs Wolle und ein Stock Ähm, nein Hab ich eben schon gesagt, aber gut Achso Und wie kann ich da noch ein Muster drauf machen? So genau Da musst du das craften Lissi, wir brauchen eine größere Fläche Dann nimmst du irgendeinen Gegenstand, zum Beispiel Farbe oder so Dann färbst du das oder sowas So halt alles in ein Haus Das kann Juju machen Ich mach noch ein Schild Also du willst so ein riesiges Stahl machen Weißt du was wir machen können? Wir können auch sowas machen Das dann ungefähr so geht Und dann kann man hier irgendeine Ecke machen Und welches Muster soll ich drauf tun? Ja, wir können auch so ein Mach ein Häschen, mach ein Häschen So was Und dann hier halt so ein Haupthaus Und da dann die Stelle Das Leo wär so laut Das ist ja unglaublich Ja, dann stell dich weiter Das hier halt so die Ställe sind Und dann Also das hier die Stahlgasse ist Und dann geht's hier sogar in die Ställe Also das hier so noch weiter Ich bin gespannt was sich Juju überlegt Und dann Sie überlegt sich egal Ich check das nicht Ich glaub Juju steht gerade da vor der Crafting Bench Ja genau so Was willst du denn da verkaufen? Hier zum Beispiel die Stahlgasse Essen Oh, also hier Hä, was labert du denn da schon wieder? Ich check das nicht Und dann vom Tier Ställe hin Hat Ich hab mich gerade versabbert Ich hab mich gerade versabbert Wo willst du Ställe hin? Das sind Bäume Nein Hat jemand so einen Apfel? Jana? Ja, ich hab einen Ich hab keinen mehr Ich hab einen Weißt du Er hat einen verzaubert Die Reihe bekommen Ich will mal wissen Ob das funktioniert Das würde mich echt freuen Ich check's immer noch nicht Hier ist so ne Gasse Wo du durchgehen kannst Also du wirst hier dann so ne Gasse haben Hä Und dann kommen hier so Boxen hin Eine Boxe Schweine Eine Boxe Schweine Eine Boxe Hast du jetzt ein Fisch draus gemacht? Nein Und dann hier das Haupthaus Ja und hier ein Haus Okay Okay, geil Ja, weil du das in der Hand hast Ey, Herr Simpson Leo, du musst doch nicht unbedingt zum Zombie hinlaufen Darf ich den Enderman angucken? Ja, tu das Da kann man irgendwie nicht wirklich machen Nein, Leo, ich möchte das machen Also, man kann einfach sagen Wir sagen einfach Das Logo ist einfach Ein Apfel Können wir uns auf einigen, dass nur einer redet? Ja, das ist anstrengend Das sieht irgendwie aus wie das Mojang-Zeichen Das ist auch das neue Anzeichen Du musst ins Wasser gehen Hä? Sieht das nicht gut aus? Nein Oh, scheiße Ja, sie gehen ins Wasser Lass das mal da Und dann schlag ihn Aber nur ein bisschen Oh, Mann Ist aber wurscht Lass das einfach mal da So, jetzt noch das zweite Irgendwas Schönes draufballern Wetten, du sterbst gleich Wenn ich jetzt trage Ich hab mir nicht mehr gegeben Leo, Hilfe Scheiße Geh doch ins Wasser Du bist doch auch echt Nein Oh, Scheiße Oh, Scheiße Ich bin zu Hat jemand eine Ranke? Nein Nicht für dich Ich geh mal ins Haus Vielleicht haben wir da eine Ranke Oder haben wir eine Schere Jetzt sind es schon drei Tore Äh, eine Schere könnte ich machen Dabei hab ich sogar noch Reservation in meinem Kannst du mir dann kurz eine geben? Hier ist uns noch eine Schere Die ist zwar nicht mehr ganz so gut Aber ist eine da? Okay, warte mal Wenn du gerade keine machst, dann geh ich da hin Leo Willi, schau nicht in den Chat Okay Ah, das ist ein Skelett Hilfe Was wird das denn hier, Jana? Leo, was ist unsere Eine Anglerhütte Und daraus kann man dann tatsächlich angeln? Hast du eine Angel? Gib mal Na, ich geb dir den Ich warte Hier Gib sie dir hier drüber Das ist lustig Hilf dich first Aua, da war ein Creeper Pass ich's nicht Ich bin gleich tot Hilfe Hilfe Ich muss nicht angeln Da drinnen Hilfe Hilfe, es geht nicht Ich werd angerissen Aua Hä, das geht gar nicht What? Dann muss ich das halt ändern Lauf nur Lauf nur Ich glaub das ist wegen Zaun Probier's mal jetzt Oh, 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 oh Nein, nein, bitte nicht Nein Weh doch Willi, ich glaub ich hab jetzt was Mal gucken ob sie das gehört Hallo Spinne Komm rein Ja, komm rein Willi, Agnes, der ist hochkonzentriert Tadaa Was ist das? Autsch Lisse, wir sind einfach zu oft gestorben Das ist Ähm Weiß ich nicht Aber das sieht schön aus Juju Alter Schwede Ui Toll Boah, weißt du, dann machst du selber Wenn du immer alles, was ich mache, scheiße Hallo, das hab ich gar nicht gesagt Du hast so Du weißt, was es ist Du wusstest es Alter Boah, ich werd schon wieder angegriffen Boah Lissig Und wir sind fast schon wieder tot Alles klar Boah, Leo Nein, keine Skelette, bitte nicht Ich hab nur noch Ich hab einen Es reden schon wieder fünf Leute durcheinander Wir sagen halt, wir müssen ein Schweinedarm Dann passt das Dann sagen wir das erstes ein Apfel und das zweite ein Schweinedarm Dann können wir da Essen verkaufen Boah Wow Ich kauf nicht bei dir ein Juju Das find ich lecker Das, da kauf ich Können wir die machen? Boah Denny, dann guck mal kurz auf die Uhr, bitte Ja Das ist schon wieder eine sehr gute Zeit zum Affen Ich bin so oft gestorben, ich will nicht mehr Ja, Leo Pech Dann würde ich mal sagen Ich hab mal den Chat, ich bin viermal gestorben Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Runde Minecraft Beech Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss